ach so ok er zeigt aber so nachladen da oben 113 schuss haben wir noch immer salzen also treffen tue ich noch jeden fall das hört man ok vielleicht sollte ich habe manchmal das gefühl dass ich besser treffe wenn ich auf der hüfte schieße da ist der radius und die große habe ich das gefühl der war es auf jeden fall mein gott wie hartnäckig ist das scheißvieh denn ich bin ein bisschen zu mutig grad jetzt fall doch einfach vom himmel oder krieg einfach weg aber nein leute tut mir echt leid dass ich euch jetzt so quäle aber das viel aber nicht aufgeben habe ich nicht mal mehr getroffen es gibt es so nicht also ich glaube fast die kann man gar nicht töten oder ich versämele hier meine ganze munition oder wisser was das war auf ich lade jetzt hier meinen letzten speicher stand der schnauze voll hier ich glaube der war da direkt genau da war nämlich direkt hier drunter wie sieht es jetzt munition technisch aus haben wir kaum verbraten und dann müssen wir halt gucken dass wir hier irgendwie an dem arsch vorbeikommen ich weiß gar nicht wohin mal da sitzt er oder pass mal auf 4a hier war auf jetzt ja auch jetzt einfach auf den pelz hier ja das war gar nix da das hat zu lang gedauert bringt auch nix aber kommen ja der hat sich da jetzt verpisst und wir laufen jetzt hier schnauze voll pass auf hier kann auch nicht greifen der arsch glaube ich so aber was jetzt ins wasser gehen ist keine option glaube ich das ist jetzt ja ich weiß nicht ah geh weg geh weg warte wie könnte man denn wo flattert mir jetzt rum äh hier rein ok panik macht sich breit ist das eine tür ne scheiße alter schwede mir geht hier echt langsam die luft aus und ich habe keine ahnung wie es weitergehen soll ich kann da nicht hochklettern hier noch eine wand also ein rohr scheiß hier musst du irgendwas musst du hier gehen da flattert der arsch rum ja 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 hier muss doch irgendwo muss hier lang gehen ich mein eindeutig diesen weg hier kann man nicht rein ich hätte jetzt gedacht man kann ja irgendwo hochklettern oder was jetzt bin ich natürlich im wasser kommen aus dem wasser raus ok also lange er da rum fliegt kann ich mich hier nicht fünftlich um gucken ich hab's mir gedacht ich hab's mir gedacht ja so kann's gehen ganz ehrlich ich bin hier im moment total überfragt ich hab keine ahnung wo es weitergeht hier geht's offensichtlich nicht weiter der filter da ist pfeil das kann nur gutes bedeuten pfeile da das sieht doch gut aus guckst du sehr schön was war das wieder boah leck mich am arsch jetzt fehlt mir nur dass hier irgendwie die viecher ankommen ich bin aber auch zu blöde ok geht nach unten wir gucken aber erstmal da ist noch so eine falle ich höre klospülung da ist nichts da ist wieder eine falle ja wir lernen das noch ganz ehrlich sollte ich jetzt hier diesen doofen schlüssel finden ich werde nicht zurück klatschen das haben wir mal klar ein kassettenrekorder ich habe die schwere ausrüstung genommen und bin nach norden zu messer station gegangen die haben riesige probleme mit unseren alten freunden wenn ich in ein paar tagen nicht zurück bin versammle unsere männer und sagt dem oberst bescheid viel glück wir haben eine neue gasmaske wie es aussieht eigentlich war ja noch ganz gut wie sieht es jetzt aus filter das sieht nicht so doll aus warum kann ich denn das alles nicht einsammeln hier finde ich echt schade also hier wird sich doch wohl ein tagebuch eintrag finden in so einem zimmer diese geräusche die geräusche sind aus einer anderen zeit oder so keine ahnung jetzt habe ich da schließt hier mal die tür auf schöne frau auf auf stöckeln irre also das hat man schon was musik ist auch noch drauf ok aber ich finde kein dummes tagebuch das einzige was wir hier verbrutzeln ist sauerstoff boah hat die ein schritt ok dann gehen wir jetzt mal hier runter weil wir haben ja nichts leider gefunden schön auf fallen aufpassen wer hat die überhaupt platziert hier warum warum sind in unserem verlassenen gebäude fallen platziert und wie weit runter geht es hier ja mal kleines problem das hat nicht funktioniert und ich sitze jetzt hier irgendwie weiter runter geht es nicht also mich nervt das ja das ist der schlüssel davor nicht gefunden habe und ist ja und tagebuch ist echt schade das ist die musik soweit kommt macht mich wundert mich echt das ist doch hier wieder nichts für mich hier glaube ich hier kommt gleich wieder irgendwas fieses zumindest geht man so langsam der sauerstoff aus ok schmackhofer das ist eine ätzende brühe hier hier geht es wieder nach draußen und das ist auch unser einziger weg das ist ziemlich duster also lassen wir das licht mal an aber ja das ist das doch das ist doch aber auch ganz ja der ja da ein der und das ist ja falsche waffe und fertig fix und fertig okay der hat sich der hat sich wahrscheinlich jetzt vor mir erschreckt weil mir schreckt habe hat er sie dachte ich mich gleich mal lieber wieder oder ist der kollege wie es aussieht ja ich weiß ich weiß habe ich aber erst mal hier gucken halt das steht das war aber ein akt hierher zu kommen sieht extrem geil aus hier muss ich sagen ich bin echt gespannt dann auf last light das hatte ich ja da ist irgendwas glaube ich das hatte ich ja auf der auf der ps3 schon gespielt und also hier sieht ja 20 33 sieht jetzt sicher schon besser aus als last light auf der ps3 danke von daher bin ich echt gespannt darauf wie last leid hier auf der ps4 dann aussehen wird ja ein bisschen wie mir der misskerl nein mit dem will ich nichts können wir weiter vielleicht hinter dich ja komm die ist kein gelben schnee Hahaha Miss was ja läuft noch ein bisschen schneller dann kann ich dir auch nachlaufen, du Vogel so ein Kaspar-Kopf okay, da ist er gerade noch mal gut gegangen boah als wir in den Untergrund gingen erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war ich hatte mich hier sicher gefühlt in der Dunkelheit der Metro umso mehr als Böden behauptete er hätte in der trockenen Station Freunde hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen wir müssen leise sein und uns umsehen wenn wir meine Freunde nicht sehen müssen wir weg kann ich denn die Maske abnehmen? echt toll mir geht nämlich hier gleich die Luft aus ich erinnere mich an dieses Gitter wir müssen nur scheiße, da passe ich nicht durch na gut, du bleibst hier habt ihr gerade die ekelhafte Spinne gesehen an der Wand? und drin wir sind gut Arschkarte hey, ich brauche Licht oh ho 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 wen haben wir denn hier? es ist Bourbon, der Geldmacher und wer labert da? bring mich zu deinem Boss ich habe etwas mit ihm zu besprechen der Boss? aber natürlich der Boss soll es also sein wo solltest du sonst hin wollen? okay, das reicht sonst müssen wir ihn mitschleifen Bewegung das bringen wir später zu Ende Bewegung okay und wie es aussieht hat er uns ich sehe seine Sachen nicht jawohl da gibt es nichts als Verlatter na gut, dann gehen wir und somit haben wir jetzt sehr wahrscheinlich seine AK-47 ich gehe jetzt mal davon aus ob das das die AK-47 ist ähm wäre schön, dass das irgendwie anzeigen würde aber und ich habe gerade den Schnellwaffenwechsel gefunden geil ja, die behalten wir so, aber jetzt müssen wir mal gucken einmal vorbereiten so dann gucken wir mal aber hier ist irgendwas oder muss ich kann ich die Tür da auch machen? ich will da nicht durch also Spinnen finde ich ja jetzt mal ätzend, wa? oh scheiße oh nee, komm ja komm ich drehe mich mal um da ist doch hier ist irgendwas ja, sehr schön war das eklig so so hier sag mal hier kann ich jetzt hier die Maske abnehmen? ich nehme jetzt mal ab, hier, wa? so Sauerstoff wir können das Licht ausmachen das ist praktisch schätze ich dann gucken wir jetzt hier mal oben das ist und dann